Wie fühlst du dich? Grüß dich, ich bin Stefan aus Südtirol. Wir starten heute ein ganz besonderes Projekt. Jetzt gehen wir meinen guten Kollegen Armin anholen. Er läuft für Eng in den Mountain Trail in Ratschings. Grüß dich. Servus, komm rein, starten wir los. Ja, Armin, jetzt stehen wir da kurz vor dem Start. Wie fühlst du dich? Ganz gut, eigentlich topfit. Also kannst du kaum erwarten, bist du los, gell? Ja, ich sehe, da sind einiges an Menschen da. Also du wirst mittel drin mitlaufen mit den anderen. Also lange ist es von der Masse wie mitreiber, aber Spaß stellt den Vordergrund und schauen, was geht. Dabei ist eigentlich alles. Jawohl. Jahrhunderte Bis zum nächsten Mal. Ja, ich meine auf jeden Fall bist du jetzt gut umgekommen. Wie war es, erzählen wir uns. Ja, also dass wir nicht wie erwartet, auch technisch einfache Sachen, sondern da ist schon nicht ohne. Also da ist von technisch sehr anspruchsvoll. Da ist es von Wasserbistanen bis der Strasse bis Schauderweg, also da ist alles dabei. Also wenn einer von ohne raus wurde und gesucht, ist er auch bestens benötigt. Also gut ab für die Tollstadtgeführung. Ich habe schon einmal darum gedacht aufzugeben, aber aufgeben ist eine Option. Auf jeden Fall, ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du das so gut geschafft hast. Und dass du uns ein bisschen teilhaben lässt an dem ganzen Streckenverlauf. Hast du das auch mitgefilmt, das war ja natürlich eine Zusatzaufgabe für dich neben den Lärven. Und auf jeden Fall möchten wir jetzt schon einmal angesongen. Und ja, wir wünschen dir weiterhin alles, alles Gute. Viele, viele tolle Lärven.